Trotz Corona eröffnete das Café Sisters in Wismar diese Woche in der Dankwartstraße 45 seine Türen. Naja, nicht voller Betrieb, aber immerhin schon mal ein bisschen. Zum Glück besteht die vordere Fensterfront aus zwei Glastüren. Da wird dann ganz schnell die geplante Sitzmöglichkeit am Fenster zu einem Außerhausverkauf umgebaut. Trotz Corona-Krise hat sich Anka Hoffmann für die Eröffnung entschieden. Wir haben am 1.4. unser Café Sisters eröffnet und da bieten wir selbstgemachten Kuchen. Also wir setzen auf glutenfreie Sachen, laktosefrei, aber auch ganz normale Kuchen, Kaffeespezialitäten bieten wir an, Salate. Dies ist vorerst nur eine kleine Auswahl vom geplanten Sortiment. Sobald das Café richtig öffnen kann, werden auch Cocktails, Weine und Pizza angeboten. Dafür eignet sich besonders die Terrasse. Die positive Resonanz der ersten Kunden verspricht Gutes für die Zukunft. Die ins Wasser gefallene Eröffnungsfeier wird später nachgeholt. Wir waren so zweigeteilt. Wir hatten so ein bisschen Angst, dass es überhaupt nicht angenommen wird. Aber tatsächlich war die Resonanz ganz gut. Unsere Straßenfreunde, unsere Nachbarn, die haben uns sehr unterstützt, indem sie ein paar Leckereien hier gekauft haben. Aber auch ein paar Spaziergänger, die dann zu zweit unterwegs waren, haben sich dann ein Stück Kuchen mitgenommen. Das war schon ganz super. Ebenfalls am 1. April hatte auch das Musikhaus Music & More Grund zum Feiern. Wir hatten also hier am 1. April ein 20-jähriges Bestehen von Musik & More in Wismar in der Breitenstraße 20. Eigentlich war es geplant, eine schöne große Party zu machen, ein bisschen Live-Musik vielleicht, ein bisschen Unterhaltung mit den Gästen, mit Lieferanten oder mit Kundschaft und Familie und Freunde. Aber wir wissen alle, es geht im Moment nicht so richtig wirklich. Aufgrund der Kontaktbeschränkung fiel auch diese Feier ins Wasser. Schade, aber wichtiger für Thoralf Neid ist es, weiterhin für seine Kunden erreichbar zu sein. Wir haben die Möglichkeit natürlich immer auch erreichbar zu sein durch E-Mail oder auch durchs Telefon, was dann umgeleitet wird oder auch über Facebook. Und da kann jeder, der gerne möchte und eine Frage hat, immer schön durchschreiben. Wir gucken da regelmäßig rein und versuchen alles so gut, wie es geht, so in so einem Notprogramm zu bewältigen. Aufmachen dürfen wir das Geschäft leider nicht. Happy Birthday in Corona-Zeiten. Außerdem können Kunden auch weiterhin die neu dekorierten Schaufenster betrachten und Musikwünsche für kommende Besuche sammeln. Music is the best. Dieses Motto von Alt-Rocker Frank Zappa bleibt auch in Corona-Zeiten aktuell.